Die Kindergartengruppe hat die Leiche gefunden, aber wir kriegen die da unten nicht raus. Der neue Chef ist auch schon da. Sehr bloß vorsichtig. Wer weiß. Ey, was machen Sie hier? Hallo? Ich kenn das Mädchen. Sie wohnen zwei Häuser weiter als wir. Wir sind mit Ihren älteren Freunden. Ich brauche Mitarbeiter, die die Menschen hier kennen, aber nicht bei jeder Gelegenheit in Tränen ausbrechen. Ja, man hat sie erschlagen und ins Meer gekauft. Wo waren Sie beide an diesem Abend? Glauben Sie, dass wir... Ich habe gefragt, wo Sie waren. Das ist doch absurd. Jenny ist unsere Tochter. Du machst alles noch viel schlimmer. Jenny ist tot. Reicht dir das noch nicht? Bist du ja auch noch rumspionieren, ja? Die ganze Familie scheint in den Tod des Mädchens verwickelt zu sein. Was ist das hier? Anita Boss. Anita Boss war im selben Alter wie Jennifer. Ein alter Fall ist vor 14 Jahren spurlos verschwunden. Irgendwelche Berührungspunkte? Haben Sie Jennifer auch mal fotografiert? Kann ich die Aufnahmen mal sehen. Vielleicht wurde Jennifer gar nicht auf dem Heimweg überfallen. Vielleicht hat sie sich hier mit ihrem Mörder verabredet. Also muss es jemand von hier gewesen sein. Also muss es jemand von hier gewesen sein. Ja, es wäre ja das für die Zession. Ja, es wäre Ja. Ja, es geht euch ja noch. Untertitelung des ZDF, 2020